ja man muss mehrere runden gewinnt also ich weiß nicht meine maus ist heute irgendwie so gewählt ich weiß nicht was ich spielen soll du kannst du noch tachanka zocken danke scheiße mutt wir bräuchten mutt das wir haben kein mutt wir haben jäger ganz ruhig ganz ruhig entspann dich das schon land wendet aber der andere lädt noch ja ich sag doch bei mir hat es irgendwas ist bei mir anders jetzt sie kommen keine ahnung was ich kann durch wende gucken aber das bringt mir jetzt noch nichts mit dem mann wir besser dran gewöhnen gut haben wir schon den augen guten gesagt aber gut ich besitze so was nicht deswegen so das meine ich erfolg wirklich hatte das ding so dämlich angebaut dass ich das gerade so stört die drohne der gegner hat den biografischen gehälter digitalisiert immer schön und drücken da markiert so 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 oder xe zum bilden damit wurde die typen teilt mit den herzschlag so markieren kannst alle nicht aber das andere direkt bei ich würde ihn gerne markieren aber ich kann nicht ich lade mein magazin ich frage mich auch gerade wie ich entdeckt wurde das ist nicht mal ansatzweise an dem fenster der abschlagsensor eingesetzt ich setze den sensor ein das ist eine direkt draußen bei der tür so hinter dir praktisch also war alter dein ernst der hat einfach da hat die wand aufgesprengt und dann hat mich einer erschossen einfach nice einfach nice ich finde glatz immer noch als kompletter nutzlose charakter alter wenn uns nicht twitch eher den standort des biogefahrgutbehälters finden so keine ahnung die haben im mutter unten im keller ja genau auf der anderen seite von dem scheiß aus die haben im mutter gegner noch fünf sekunden weiter zum standort des biogefahrgutbehälters trotzdem den biogefahrgutbehälter gefunden naja klar der mutter hat nicht alle ausgänge abgedeckt die müssen ja eh noch unten die müssen ja eh noch unten die haben das abgesichert oder wünschte ich doch ich war thermite aber thermite ist ganz woanders ja schon mal das bei mir links ist einer drinne wollen wir eigentlich ausspringen wurde es entdeckt ne er will jetzt was ausspringen er hat mir wirklich er hat mir einen instant Kopfhörer äh äh Kopfhörer gegeben mich verarschen alter rot hm da weiß wo du man ist alter das kannst du mir nicht sagen hier bin ich eigentlich gestorben na das ist egal auch wenn ihr bitte bloß da liegt und so weiter ich hab keinen scheiß spieler ich kann nix machen ich hab niemanden den ich spielen könnte der irgendwie gut wär hast du nicht über zu viele punkte oder so ich hab schau als verteidiger kann ich genau ruck spielen sonst hast du bloß angreifer gekauft oder was ne ich hab alle verteidiger aber ich kann nur ruck spielen alle anderen sind scheiße ja warum ist Mute scheiße alle nur behinderte Waffen deswegen die Drohne der Gegner hat den Biogefahrgutsbehälter gefunden 10 Sekunden nur noch 10 Sekunden wieso kann ich hier meine scheiß Kanone nicht platzieren zu wenig Platz was ist los damit was ist los damit den Biogefahrgutverhälter um jeden Preis ähnlich nein haf damit es ist weiter ach gerät scharf gemeint wir sind im Auge behalten ich hab das Ding über euch verstärkt aber sie könnten immer noch nen Techer haben Kaum halt nei nicht doch ja haben sie Sprengt du noch irgendwas auf? Ja, direkt hinter mir. Das war so klar. Wer weiß, wo ich bin. Was will ich denn da damit? Du kannst mal zählen, Alter. Der schießt auf mich durch die scheiß Wand. Der kann nicht wissen, dass ich da bin. Ich würde dir gerne helfen, aber... Du bist genau hinter dem Sandsack, Alter. Das hätte dir nichts gebracht. Der Typ wusste zu viel. Der Typ weiß zu viel. Allgemein, die wissen zu viel. Es ist sogar ein halbes Team da drin. Ich enthalte mich. Er ist enthalten, du spawnst zufällig. Ich weiß. Teilen tust du dich nicht? Sehr gut. Der Bio-Befahrgut-Behälter muss jetzt lokalisiert werden. Mute. Mute. Wirklich. So, unten ist nischt. Ich glaube, die sind da oben drauf. Hm. Standort des Bio-Gefahrs und Behälters unbekannt. Angriffs-Erlaubnis erteilt. Angriffs-Erlaubnis erteilt. Kommt man von hier oben irgendwo rein? Nope. Oben. Ja, jetzt bin ich wohl runtergefahren in Zubach. Sprengladung bereit. Ja, hier drinnen müssen sie sind. Hier ist die Wand verstärkt, Alter. Sprengladung nicht scharf. Ach, krieg ich keine Abschusskamera? Flod, er weiß genau, wo du bist. Und die Dinger, die unter dir jetzt gerade sind, das sind Mute-Dinger, ne? Nur noch einer vom eigenen Trupp. Feint draußen entdeckt. Das ist cool. Ne, der Typ rennt einfach bloß draußen rum und da wirst du, dass er nur draußen ist. Oh, der weiß, dass man seinen Laser-Pointer sieht, oder? Ne, ich glaube, das weiß er nicht. Der Typ war das gerade. Der Typ hast du nicht mal gesehen. Oder? The fuck war das gerade? Als ob... Na, ich hab keinen gekillt. Ich wurde jedes Mal sofort getötet. Noch ohne Rang. Was? Weiße Gold-Enemies? Äh, zweites Spiel. Mann. Ne. Oster. Ja, das hättest du mir ein bisschen eher sagen sollen. Ah, ne, ich bin mit draußen, ich bin mit draußen. What the fuck, das waren lotter Golds. Drei Silbers und sonst Golds. The fuck? Und nu? Keine Ahnung. Ne. Danke für die konkrete...